Agit hat ein bisschen Flughans. Was wirst du, Bruder? Nur die Warnung. Du hast jeden im Ring gefickt, aber jetzt hier vor diesen kleinen Jets hast du Angst, ne? Ich habe keine Flughans von deinem, Bruder. Diese beiden haben auf jeden Fall gar keine Flughans. Vor allem Agit nicht. Agit hat keine Flughans. Du hast jeden im Ring gefickt, aber 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 du hast jeden im Ring gefickt Mach dir doch keine mehr, Bruder. Wie tust du das so, als ob das vor der kleinen Fliege ist? Als ob das vor der kleinen Maschine ist. Achso. Ach, Bruder, da. Kommt Berlusconi uns jetzt abholen, oder was? Ja, Bruder. Mal gucken, wir uns abholen. Erstmal nicht alles. Ich hab noch Überraschungen für euch parat. Ehrlich? Natürlich, klar. Ist das dein Ding, diese Pilotenbrille? Ja, Bruder, ich bin gerade Jet geflohen. Okay. Oh, sorry, du Malle. Was ist dein Name? Armando. Armando? Armando. Wie geht's Armando? Fine, du? Oh, okay. Okay, alles gut. Parlere Italien. Oh, ein bisschen. Ein bisschen. Espanol. Espanol ist es auch Italien. Es ist ähnlich. Ja. Genau. Margarita, Kaltzoni, Fettuccini, Salmoni. Wir wollen nicht sehen Armani, es ist zu cheap. Nein, nein, Louis Vuitton ist hier. Louis Vuitton, ja, beda. E-E-E. Ein Färm. Because we don't touch on, eh. Ja. Ja, you know, you're in here. Ja. Sannya, istedin yerdesigere hier, sähle, egal. Sanna, ihr sie servis. Ja. Ich bin ehrlich, habe es aber diese,